Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schön vibrieren. Okay, dann geht ihr in den Breitstand. Neigt euch zur Seite. Am besten alle zur rechten Seite. Es gibt ein schöneres Bild. Zur linken Seite. Und die Füße wieder zusammenführen. Ja, wenn wir nach oben strecken. Macht euch ganz lang. Okay, meine Damen und Herren. Ein riesiger Applaus für Sebastian Pinault. Nehmt eure Hände für euren Vordermann und massiert euren Vordermann ein bisschen. Viel Spaß. Das ist eine super Idee. Das hätte ich auch gerne. Es sind noch fünf Minuten und dann geht's los. Dann erfolgt der Startschuss. Eins, drei, zwei, eins. Das ist sehr gut. Wir haben da einen kleinen Endsport hingelegt. Das machen wir jetzt mal. Das macht es mir gut. Ich fühl mich jetzt mal eine Runde. Ich fühl mich jetzt mal eine Runde. Untertitelung des ZDF, 2020